Die Vulkankönigin Die Vulkankönigin Sie soll betteln Sie soll flehen Gut, so mag ich das Ähm Spielziel vernichtung der gegnerischen Vulkankönigung Einschränkung Gegnerische Bauernverluste müssen als eigenen Reihen ersetzt werden Das finde ich unfair Was? Ja Also wenn du ihre Bauern tötest musst du welche von deinen abgeben? Ja Verliere ich auch Wie dumme ist das denn? Ja, finde ich auch blöd Das ist unrealistisch Wahrscheinlich denken sie Chancengleichheit los, wir bringen es selber mal Okay, Harakiri Becky Ja Ab wann wird denn der Tausch vollzogen? Keine Ahnung Okay Auf jeden Fall ist es Abholgeschäft Ja klar mach ich gern, dafür bezahl ich gern das Geld Schieß doch ein bisschen weiter Die dürfen ruhig merken, dass wir sie angreifen So getroffen? Nee Wollt schon sagen Wollt schon sagen Wollt schon sagen Weiter so Die ist alt genug um geknallt zu werden Oh Mann Okay Zielgenauigkeit erst davor schon lassen bevor ich nochmal schieß Richtig Hey Meister Du kannst jetzt dein neues Spielzeug ausprobieren Schade, dass du die Musik nicht hörst Die ist echt witzig für so ein Billigspiel Oh, werde ich denn die Aufnahme tun Ich bin wieder bereit Was soll ich jetzt tun? Komm schon langer Fritz Du merkst schon lange, Fritz ist meine Lieblingswaffe Merk schon Aber nicht immer Aber nicht immer Später kommt eine Waffe, die mag ich noch mehr Hey Ich hab einen neuen Zauberspruch drauf Neugierig? Heißt das jemand der Dicke Johannes? Nein Schade Wär lustig gewesen Ja schieß auf den Turm, ich mag den sowieso nicht Ich auch nicht Ich bin nicht so der Magie Fan in dem Spiel Ich merk schon Ja, mach den Magieturm kaputt Das ist gut Bist du wenigstens abgelenkt Hab ich eigentlich eine Munitionsfabrik? Universal Genie Hi, das wird ein Fest Ich habe deinen Büstern ein paar extra Tricks beigebracht Ich hab keine Munitionsfabrik Waffen bauen Oh, jetzt hab ich drei Ich spüre eine Erfütterung der Macht Ich spüre eine Erfütterung der Macht Jetzt hab ich überall diese Lavafelder Und wenn er eins trifft, dann explodieren die Und das macht böse aber Oh mein Aber muss er nicht eine rein? Ne, was, wenn er deine kaputt macht, dann muss er nichts bezahlen, ne? Doch Also er muss nichts bezahlen, genau Wer so rumläuft, kann einen ordentlichen Wumms vertragen Soll ich mir deine Freundin nicht einnehmen? Lecky, wie befinden sich hier am Start? Ja, ich glaube, das Level sieht gut aus Na, bis es ist noch nicht so arg Verlust an und bis es ist noch nicht so großartig passiert Also, non-tan läuft eigentlich sehr so Los, weiter, sie zog genau bleibt Und dieser, und dieser, ich hab grad nicht so ein PC gehört Das war aber ganz seltsam Egal Wer so rumläuft, kann einen ordentlichen Wumms vertragen Oh, alter, der könnte mal auf so ne Witzschule gehen Humor Academy für Fortgeschrittene Tja, das Level ist jetzt halt Ja, wir schon So ein bisschen zu denken Ja Weiter so Die ist alt genug, um geknallt zu werden Ähm, Träger Kein Problem Servi sieht gut aus Ja Bad Boys, Bad Boys, did you know what you gonna do? What you gonna do? What I come for? Bad Boys Ja, das ist ein witziger Film Äh, sowieso Eigentlich meint, es sind viele Filme, du bist immer gut Viele Filme sind gut, ja Ja, das werden sie auch gemacht, weil sie gut sind Nein Ich bin mit Will Smith, die meisten sind eigentlich ganz gut Oh Glück, die Situation, du hast gewonnen, das ist der weißen Person Gratulation Nein, ein Level gibt's glaube ich noch Ich weiß